Ich hab hier ne Höhle gefunden. DIA! DIAZ, DIAZ, DIAZ! Nee, ist nicht dein Erz, ist nicht dein Erz. Alter, hier sind richtig viele... Oh mein Gott! So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Build Together Minecraft. Sag mir dann jetzt bitte grad mal, wie viel Eisen hast du im Winter, Marcel? Null. Ich hab jetzt alles für die Rüstung verbraucht. Okay, dann können wir uns keine Panzerschreck leisten. 25 und 5. Ich hab noch 11 im Inventar, aber ungebrannte, also halt. Dann könnten wir uns doch noch eine leisten, gerade so. Ja, dann müssen wir die brennen und dann lass jetzt schnell ne Höhle suchen und da schon mal Öfen aufstellen dafür. Ja, okay. Also, wir haben uns grad nochmal beraten, wir werden uns echt die Panzerschreck machen lieber. Weil, ich glaub auch die Panzer, es ist nicht wissenschaftlich erwiesen, ich hab jetzt auch nicht extra nachgeschaut, aber ich meine zu wissen, wenn man das jetzt testen würde, ich nehm grad das Fleisch mit. Würde die Panzerfaust viel schneller nach unten sinken. Und man droppt, ich glaub die ist auch einfach nicht so stark, ich weiß es nicht. Wir hatten das auch in früheren Battles, wo wir die Leute da abgeschossen haben mit und dann sind sie albern nicht gestorben. Oh leu, hier ist alles voller Käfer. Cool. Machen die einem Schaden? Wahrscheinlich, ne? Nö. Machen die nicht. Äh, hier ist wieder so ein... Ich bekomm Hunger durch die. Okay. Hier ist schon wieder so ein Kobold, ja mit dem Buch wieder. Diese Kobolder ey. Das ist ne Seerose. Alter, ich will die Seerose haben. Oh, hier ist ne Höhle. Ihr seht sogar recht. Was? Äh, hier ist Holz. In der Höhle? Ja. Dann war da jemand, oder? Also einfach nur ein Holzblock, mehr nicht. Sind wir hier nicht gestorben? Nein. Doch, 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 doch. Hier war der Feist. Ne, das war nicht hier. Hier war der Feist. Ja, ja, ja. Hier ist die Wasserstelle. Wo genau... Ich war oben und du bist hier halt auf ihn zugesprungen, sozusagen. War das echt hier? Ja, das war hier. Warte mal. Okay, krass. Oder sieht das doch alles gleich aus? Ich weiß es nicht. Ne, nein, nein, nein. Das ist schon richtig hier. Ja, stimmt. Da hinten ist auch unsere alte Base mit dem ganzen Cupstone gedöhnt. Okay. Ähm, wo bist du? Wo bist du? Ich bin unten beim Baum. Ich will mal gucken, ob hier irgendwas ist. Okay, mach das mal. Ich bin halt trotzdem der Meinung, wir sollten da jetzt schnell ne neue Höhle suchen. Und nicht so lange draußen rumstehen, für irgendwas zu tun. Weil nach allem, was wir jetzt so rausgehört haben, ist Team Grün richtig krass drauf momentan. Ja, aber dann lass uns doch... Warte, ich schmeiß dir nochmal kurz alles weg, was ich nicht brauche. So, bist du... Hier ist doch eine Höhle. Also du musst nur wieder dahin kommen, wo ich eben war. Hier. Ich bin da, wo du warst. Hier. Geht's rein. Und dann können wir hier... Okay, gehen wir jetzt rein. Dann kommen wir hier auf der anderen Seite. Wie nach oft. Okay, aber hier ist noch Wasser. Hier können wir runter. Hier geht's wieder hoch und dann kommen wir wieder hier hoch. Ach man. Hey, hallo Skeletti. Okay. Spaghetti. Lass uns doch runter bauen hier, oder? Vielleicht finden wir ja was. Okay, dann lass... Ich muss dann... Hast du eine Workbench? Äh... Ja, habe ich. Ich muss mir echt eine neue Spitztacke machen. Das geht's nicht mehr. Ja, warte, hier da. Hier, dann gebe ich dir meine alte zum Repairn. Ja, mach mal. Das ist gut. Ich habe keine Sticks. Kannst du mir Sticks geben? Ja. Ich habe Pfeile für dich. Auf der Workbench liegen Pfeile für dich. Ist deine Freundin? Ja, die ist gerade nach Hause gekommen. Ah, okay. Kein Ding. Alles okay. Ne, der eine da... Zottel heißt der, glaube ich, hier im Battle, ne? Ey, bei dem ist ja jedes Mal eine Freundin im Hintergrund. Ich... Ich weiß nicht, ob das bei dem auch in den Aufnahmen so ist. Aber das ist ja echt immer normal. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Freundin von ihm... Die war erst zweimal da, Alter. Entspann dich mal. Die ist andauernd da. Die war zweimal erst da, Digga. Die ist andauernd da. Nimm mal die Worldmatch mit nach unten. Ich habe eine Höhle gefunden. Ich habe... Nein, ich habe wieder nur so einen Kasten gefunden. Ähm, was ich dich fragen wollte... Hast du Steak? Äh, Cooked Porkchop. Dann gebe ich dir das, weil das ist zu viel in meinem Inventar. Wir sollten uns ja aufteilen mit den Futtersorten. Ich habe keinen Cooked Porkchop, nein. Okay. Dann hast du es jetzt drauf. Jetzt hast du es aber, ne? Ja. Dann baue ich mich jetzt hier lang. Vielleicht finde ich ja immer was. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich kann hier mit den Höhlen... Oh Gott. Hilfe. Aber? Hilfe. Achso. Oh, guck mal das. Ja, ich weiß. Und dann bin ich runtergefallen. Ähm. Okay, dann haben du das Stück damit mal mit. Hier ist noch mehr Eisen. Guck mal hier. Hier haben wir doch schon mal was gefunden. Perfekt. Ja, ich baue mich jetzt einfach mal in eine andere Richtung lang. Vielleicht bin ich ja auch noch was. Ja, also hier ist auf jeden Fall... Ja, ich habe was gefunden. Ich werde von Wasser zurückgedrängt. Hier ist Eisen. Hier ist ganz viel Bedrock. Ach, dieses scheiß Wasser, alter. Gibt es ja wohl nicht. Na gut, dann lass uns doch jetzt mal hier von links, rechts überall hinbauen. Ja, ich... Wie gesagt, da wo ich gerade bin, ist scheinbar was Tolles. Ich höre dich sogar. Ach, du bist klar. Ich bin direkt neben dir. Hey. Ich will mal gucken, was da jetzt ist. Und das mit dem Wasser ist natürlich ein bisschen nervig. Ja, aber wir sind auf einer guten Höhe. Also ich glaube, hier könnten wir noch mal Diamanten finden. Oh, alter. Die ist Wasser. Ja, auf jeden Fall. Hast du die Workbench mit runter geholt? Dann würde ich die gerne... Ja, ich habe es in meinem Inventar. Leg mal bitte hier irgendwo hin in den Gang, dass wir die... Ja, ich will mal kurz gucken, was da ist. Äh, bitteschön. Nicht die Enderperle werfen. Ach, Digga. Er legt sie halt. Du hast doch gesagt, hinlegen. Oh, ey. Wenn du möchtest, dass ich sie aufbaue, dann sag doch, stell sie hin. Und ich leg sie hin. Junge, deutsche Sprache sinnvoll gebrauchen. Miamimimi. Miamimi. Ja, ist doch so, wenn du sagst, leg hin, dann leg ich sie halt auch hin. Wenn du sagst, leg das Zelt hin, dann hast du auch nicht, stell das Zelt auf. Ich lasse sie jetzt da stehen. Ist ok. Dann lass das stehen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, alter. Was bist du so aggressiv. Schau mal deine Basis, alter. Walla, Bruder. Hast du ja so viel ApoRed geguckt oder was? Nee, ich will ja nicht in den Knacks kommen. Äh, nicht. Nicht? Okay. Okay, also da ist auf jeden Fall schon mal nischz. Geradeaus ist auf jeden Fall eine Pfütze. Oh, hier ist schon wieder Wasser. Alter, das regt so auf. Und das sind einfach so Wasserlöcher mitten im Nirgendwo. Da ist ja nicht mal was. Nicht mal ne Höhle oder so. Ich glaub wir sind einfach schon zu tief, um ne richtige Höhle zu gehen. Wir müssen, glaub ich, ein bisschen höher. Oh, ich hab schon wieder Wasser. Ja, und es ist ja bald Weihnachten. Digga, ja man. Was wünschst du dir eigentlich immer so zu Weihnachten von deinen Freunden, bekannten, Eltern, Freundinnen? Ich hab keine. Söhnen, Kindern. Ne, jetzt noch im Ernst. Was ist für dich so das perfekte Weihnachtsgeschenk? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt immer so eine Sache, die will ich dann und dann war's das. Aber ja, eigentlich, ich hab jetzt nicht so, das muss ich unbedingt haben oder so. Okay. Also, du wünschst dir nicht immer so eine Sache. Nö. Ich find immer, ich muss sagen, ich find Geld immer so am entspanntesten, weil... Auf jeden Fall. Ich liebe Geldgeschenke. Geldgeschenke sind einfach die besten. Und damit meine ich jetzt nicht mal viel Geld. Also, mir reicht das auch, wenn mir jemand einfach 5 Euro schenkt. Ich hab ja was gefunden. Bevor... Okay, cool. Ähm, bevor mir jemand irgendeine Scheiße für 5 Euro schenkt, die ich nicht gebrauchen kann, soll er mir doch lieber einfach einen Fünfer in die Hand drücken, damit kann ich was anfangen. Ja, oder so. Der verschwindet dann in meinem Geldbeutel und dann hol ich mir davon irgendwas zu essen oder eine andere Kleinigkeit oder ich spaß auch einfach, ne. Ist halt viel geiler als irgend so ein sinnloser Scheiß. Und das sag ich jetzt einfach echt, weil ich so eine Tante hab oder hatte... Komm mal her, zu mir. Also, die hab ich immer noch... Ja, ich komm mit zu dir. Die hat mir halt jedes Mal zu Weihnachten oder Geburtstag irgend so eine billige Scheiße geschenkt, die wahrscheinlich nicht mal 2 Euro gekostet hat. Wirklich so eine Scheiße, die ich halt einfach nur noch wegschmeißen konnte. Keine Ahnung, das hat mich immer so richtig aufgeregt, weil was soll ich mit dem... Oh, geil. Ne, und lieber... Lieber will ich dann von dir einfach ein bisschen Geld sammeln, kann ich viel mehr anfangen als mit irgendeiner Scheiße, die ich für nichts gebrauchen kann. Hm. Lass doch mal das ganze Eisen bitte brennen, was wir hier haben. Mittlerweile schenkt sie mir Mediamarkt Gutscheine, ne. Immerhin halbwegs. Amazon Gutscheine, das wärs, Leute. Das wär geil, aber leider nicht. Hä? Jetzt muss ich jedes Mal in den Mediamarkt... Jetzt komm ich mit einfach so einem Staubzuckerbeutel. Also irgendwas, was da nicht voll überteuert ist. Gibt's bei Mediamarkt nicht auch diese... Gibt's bei Mediamarkt nicht auch diese Spielkarten und da ist auch Amazon dabei oder so? Du hast recht, du hast recht. Ich weiß nur nicht, ob das geht. Ey, das müsste ich mal gucken, wenn das geht, wär das ja so... Das einzige, was du nicht machen darfst, ist dir das Geld auszahlen lassen. Genau, das geht nicht, ja. Ey, das wär ja... Das müsste ich echt mal probieren. Hast du die Schaufel noch? Ne, die hast du mir gegeben gehabt, ne? Ne, die hab ich. Aber die ist gleich kaputt. Ähm, ne, das... Ey, das muss ich echt probieren, das wär so genial, weil Amazon Gutscheine find ich halt einfach so viel geiler, als Mediamarkt Gutscheine. Ja, das stimmt. Aber ich find halt keine richtige Höhle gerade. Ich find ein Mediamarkt ist ja so lange für sich, wann die pleite gehen, ist für mich echt ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob du's mitbekommen hast. Die haben jetzt immer so Marktberater in ihrem Markt, die irgendwas verkaufen. Oh, ich hab hier was, ich hab hier was, ich hab hier was. Lava. Oh. Oh, wir sind jetzt hier unter diesen, ähm, unter diesem Insektenschwarm. Also Mediamarkt stellt ja so Verkäufer hin, die eigentlich von anderen Firmen sind. Also irgendwelche Firmen, sowas wie Samsung oder Bosch. Ja, das machen die aber schon länger. Ja, das machen die schon länger, aber er ist so, noch nicht so hundertprozentig lang. Und ich hab das Gefühl, mittlerweile ist es richtig, richtig schlimm, ne. Und die sparen dadurch halt ihr, ihr Verkaufspersonal. Also die selber müssen nicht so viele Leute bezahlen. Und die Firmen, die ihre Verkäufer... Was ist? Hier war ganz so ein Kobold. Ich renne mal durch diese Insekten durch, vielleicht finde ich hier ja irgendwas. Ja, mach das mal. Oh, hier ist nix. Und die Firmen, die ihre eigenen Verkäufer da hinstellen, die bezahlen Mediamarkt sogar noch Geld. Also ich, 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 wenn die Zombies, hier muss irgendwas sein. Ja, für Werbung. Also dass die, dass die da ihre Werbung machen dürfen oder beziehungsweise ihre, ihre Produkte erwerben dürfen. Die den, die den Kunden ihre Produkte richtig antreten können. Ich hab hier ne Höhle gefunden. Dia! Diaz, Diaz, Diaz. Ne, ist nicht dein Ernst, ist nicht dein Ernst. Doch, ist, ist mein voller Ernst. Bist du wieder zurückgelaufen? Äh, ich bin, ich hab mich einfach irgendwo so random reingebaut. Oh nein, jetzt wissen die, dass wir Diaz... Scheiße. Äh, die wissen doch eben, wussten schon, dass wir eben Diaz hatten. Alter, hier sind richtig viele... Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Alter, weißt du? Warte. Ich hab neun Diaz, Junge, neun. Wo bist du denn? Wallah, Junge. Da, wo du nicht bist, bitch. Ja, das hab ich auch gecheckt gerade. Ich sieg mich jetzt grad nicht. Siehst du mich nicht? Ich bin da, wo die Öfen und so sind. Komm mal hierher. Ach so, ich dachte, du wärst wieder zurückgelaufen und hast da weitergebaut, wo du eben warst. Nein, komm, 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 komm. Jaaaa! Komm jetzt her, Junge. Ach, hier. So, hier bin ich. Und ich hab mich da lang gebaut und dann ist da so ne Höhle. Lass jetzt auch zu dieser Höhle hingehen, bitte. Ja, Mann. Ähm, nimm, warte, nimm das grad mal mit, das ungekannte Eilse. Ich hab übrigens auch nen Lavaeimer, ne? Wir können auch Dingens machen. Ne, wir brauchen, dazu braucht man doch... Obsidian. Ich hab nämlich gar kein Lava. Ja, aber du kannst nur aus einem Lava ein Obsidian machen und wir brauchen doch vier Obsidian. Hä, du kannst doch das Wasser einfach übers Obsidian laufen lassen. Über Lava, ja, aber das muss stehende Lava sein. Pro stehenden Lava-Block und du hast einen Lavaeimer. Ne, dann bräuchten wir vier Lavaeimer, Junge, vier. Ne, du kannst doch rumbacken, dann kannst du zwei Lavaeimer machen für diese Endlosquelle. Dann füllst du sie wieder auf und dann geht das. Echt, das geht? Ja, ja, du kannst... Warte mal, hast du nen Lavaeimer? Nein, hab ich nicht, weil ich gestorben... Doch, ich hab nen Lavaeimer. Ja, warte, komm her. Ich zeig dir das mal. Okay, ich weiß echt nicht, muss ich irgendwie schnell sein oder so? Ne, 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 du legst jetzt einfach nur auf die andere Ecke. Also gegenüber. Und das ist jetzt ein Lava-Brunnen oder wie? Hä? Nein, okay. Warte mal. Das geht bei Wasser. Geht das nur bei Wasser? Ah, fuck. Ja. Dann nimm wieder. Ja, und das macht jetzt Cobblestone. Beziehungsweise gar nix, weil die Lava schon weg ist. Wenn ich da jetzt mein Lavaeimer reinmachen würde, würde das ein Obsidian werden. Hm, fuck. Was wollen wir denn machen? Ja, dann müssen wir... Also dann würde ich sagen, wie viel Eisen hast du jetzt im Inventar? Ich hab noch zwei zum Brennen. Okay, dann lass... Ach, hier ist auch Eisen. Kannst du mir nochmal... Ja, dann bau das. Ich brauch nochmal drei Eisen jetzt. Für... 1, 2, 3. Bitteschön. Ich brauch auch gleich ne neue Spitze. Genau. Dann lass doch jetzt gleich da reingehen, wo ich die Dias gefunden hab. Und dann nochmal Eisen suchen und dann gehen wir raus, suchen uns Lava See. Ja. Also wir bauen... Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Hochholz für die Panzerschrecks. Die machen wir uns dann schon mal. Und dann suchen wir uns nur noch einen Lava See und machen irgendwas geiles aus den Diamanten. Was hältst du davon? Ja, ist ne gute Idee. Oh lol. Wo bin ich denn jetzt? Hier bist du definitiv nicht. Nein Marcel, ich bin wieder beim Ofen. So, können wir jetzt bitte dahin gehen, wo ich die Dias gefunden hab? Ach, hier hast du dich eingebaut. Und ein bisschen auf Tempo drücken. Auf die Tube hier. Ich hab nur gesagt... Da bin ich... Oh Marcel, jetzt komm doch mit. Ich hab's dir doch eben gezeigt. Entspann dich. Du hast mir gar nix jetzt gesagt. Komm mit. Hier lang. Hier lang. Hier lang. So. Hier hab ich die neuen Diamanten gefunden. Das ist die Fundstelle. Hier waren neun Diamanten. Ganzes vorstellen. Neun ganze Diamanten. Das ist krass, oder? Schon ziemlich krass. Da mag uns einer. Ja. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Aber hier ist, glaub ich, sonst leider nix mehr. Das war's auch schon wieder. Dann lass uns doch von hier aus mal wieder in irgendeine Richtung bauen. Ne, hier geht's weiter. Ah tacke. Hier oben geht's auch weiter. Oh, hier scheint sogar etwas größer zu sein. Okay, cool. Oh ja. Glätt. Hier läuft Wasser rein. Also von oben. Okay, dann geh mal. Hier mal. Aha. Ja, dann kommen wir da bestimmt. Ja, da ist schon wieder außen. Hier ist Sand. Finden wir da nicht? Ähm. Zuckerrohr? Ich tauch mal kurz auf und schau nach, ob da irgendwas ist. Wo bist du denn? Aber ich glaub das ist. Ja, ich bin grad mit in dem Wasser. Aha. Ich will kurz mal gucken, ob da Zuckerrohr ist. Ich glaub aber nicht, weil das an diesen Biomen hier liegt. Aber, ne, hatten die irgendwas Enchantetes? Oder hatten die nichts Enchantetes? Ja, hatten die. Okay, also dann gibt's Zuckerrohr in der Map hier. Ja. Aber hier ist nirgendwo Zuckerrohr. Kann man denn aus irgendwas anderes noch? Ähm. Nein. Nur aus Zuckerrohr. Okay. Ach nee, warte. Können wir diese Bücher, die diese Goblins trocken nicht, ähm, irgendwie dafür nutzen? Ja, könnten wir. Auch wenn sie Enchantetes sind. Das ist scheißegal. Ey. Dann müssen wir doch einfach nur... Alter, du bist mein Held. Ich bin echt überrascht. Ich bin echt überrascht von dir. Okay, ähm, dann... Wie viele Bücher hast du denn schon? Ich hab die alle wieder weggeworfen wegen Inventarplatz, weil da hatte ich damals noch nicht mehr. Ne, aber wenn du dich jetzt hier ans Biom stellst, dann... Ne, was ich jetzt machen will, ist hier die Bäume abbauen. Ja. Für das Holz, was wir für die Panzerschrecks brauchen, damit wir die schon mal haben. Mach ich jetzt grad mal. Und es stimmt mich dabei die ganze Zeit, weil hier draußen bin ich echt ein bisschen... Ich stehe jetzt hier bei den Käfern und hoffe, dass hier wieder so ein Kobalt mir so ein Buch droppt. Dann mach das mal. Also, wie viele Bücher brauchen wir denn? Eins. Eins. Wir brauchen nur eins. Sorry. Ein Buch und wir brauchen vier Obsidian und ein Buch. Genau. So war das. Vier Obsidian und ein Buch. Das Buch kommt oben drauf auf die Spitze. Ja, das ist aber jetzt schon wieder Folgenende, mein Freund. Wir sind jetzt schon fast wieder bei 16 Minuten. Ja, ich will noch diesen einen verficken. Oh. Okay. Also Leute, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Aber wir sind schon auf jeden Fall, denke ich, ganz gut dabei. Auf einem guten Weg. Ja, nicht so wie die ersten beiden Fights. Die Panzerschrecks machen wir uns auf jeden Fall gleich. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.